Sie ist Model, Sportlerin und Austrias New-Football-Star-Moderatorin. Jetzt wird es Patrizia Kaiser wieder wissen und bin für Österreich beim Song-Contest-Star. Davon stellen wir uns aber die Frage, ob PULS4 wirklich zum Song-Contest fährt. 30 Teilnehmer der Vorentscheidung stehen ja schon mal fest. Mit dabei ein, sagen wir mal, relativ ungewöhnliches Duett. PULS4-Moderatorin und Model Patrizia Kaiser und Leo Aberer. Sie gehen gemeinsam an den Start. Für uns haben sie den Song erstmals live vor der Kamera performt. Ja, das sind die beiden. Die möglicherweise für Österreich beim Eurovision Song-Contest an den Start gehen. Der Sänger Leo Aberer und Model und PULS4-Moderatorin Patrizia Kaiser mit ihrem Song There will never be another you. Für Pink gibt es heute Nachmittag quasi die Welt-Uraufführung. Zu der Idee mit der gemeinsamen Teilnahme am Song-Contest sind der Sänger und das Model quasi beim Apreski gekommen. Wir haben einmal auf einer Skihüte zusammengesungen und da haben wir gesehen, wir sind gemütlich zusammengesessen und es war irgendwie, es hat harmoniert. Es hat irgendwie gleich von der Stimme, das passt und haben gesagt, es wäre am coolsten, einmal gemeinsam etwas zu machen. Und jetzt ist es die beste Möglichkeit. Und das, was die beiden da auf die Beine gestellt haben, kann sich durchaus hören lassen. Es ist eine Ballade, kommt von Herzen, ist eigentlich eher traurig, aber soll den Menschen Hoffnung vermitteln. Genau. Also wenn auch immer es irgendwie runter geht, es geht immer irgendwann wieder aufwärts und man soll nicht aufhören daran zu glauben und man soll immer neu starten. Musik ist meine Leidenschaft, für mich eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe. Und es ist schön, dass ich mit dem Leo gemeinsam teilen kann. Und ja, es wäre schön, wenn wir es mit ganz Österreich teilen können. Und wer es bis jetzt noch nicht wusste, Patricia ist nicht nur ein tolles Model, eine tolle Sportlerin und eine tolle Moderatorin, Patricia kann auch wirklich gut singen. Also der Leo hat den Song geschrieben und dann einfach, er hat sie inspirieren lassen von meinen Fehlern beim Singen. Sie sind super, sie mag sich ja runter. Es ist mehr dahinter, als man glaubt. Zu ihrem Song gibt es seit heute noch ein cooles Musikvideo, gedreht in einem Wiener Hotel. Wir haben ein tolles Musikvideo von einem deutschen Produzenten. Und dann haben wir gedreht in Wien, in Le Meridien. In der Suite, wo sie meine Gitarre parot macht. Es war mein erstes Mal, aber es war schön. Es war auch mein erstes Mal, es war nicht schön. Es war sehr traurig. Ja und so sieht es aus, wenn die schöne Patricia ganz schön wütend ist und die Gitarre kurz und klein schlägt. Leo Aberer und Patricia Kaiser wissen auch ganz genau, warum ausgerechnet sie die Richtigen sind, um Österreich beim Song Contest in Deutschland zu vertreten. Wir haben das Herz am richtigen Fleck. Wir haben eine super Stimme, ein super Lied. Wir sind Österreicher. Das Parade-Bar von Österreich, bitte. Wir sind kein Bar. Na ja, aber musikalisches Bar. Ja, musikalisches Bar. Das werde ich in die Hosen machen. Wir sind vielseitig und wir werden euch versprechen, wir werden unser Bestes geben. Und wir werden die Herzen aller berühren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Beste gibt ja jeder. Ja, aber wir geben nochmal eine Schaufel drauf. Ja, ein sympathisches Paar sind Leo Aberer und Patricia Kaiser auf jeden Fall. Und singen können sie auch. Und dann ist das Lied auch noch irgendwie ein Ohrwurm. Eigentlich braucht es sie auch wirklich nicht mehr, um Österreich beim Song Contest zu vertreten, oder? Ja. 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 Ja.